einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen aber fein schnuggeligen runde avori und zusammen mit isra hi na du wie geht's dir? ganz gut schnuggel ach herzelein ich freue mich ich komme jetzt in deine richtung alles toll ja denke ich mir auch muss ich schon nicht mehr alleine rumdumpeln richtig genau ich schnack mir jetzt sap und sap und pack und hüpfe dann mal langsam in deine richtung runter und hoffe dass ich ja nein ich hoffe dass ich unterwegs nicht auf diese komische fraktion treffe mit denen ihr so viel schließe frieden ich wollte gerade sagen schließe frieden aber schließe frieden ich will kriege der totale krieg was der totale krieg ach so ich kann das ja auch so machen und hüpfen plus zehn sekunden noch neun acht sieben sechs äh momentchen warum brauchst du so lange zum hüpfen plus eine minute drei sekunden ja moine habe ich noch was anderes hier er wird zerstört ich sehe ich schon kommen hier direkt noch mal fest installieren da geht er noch ein bisschen schneller dann hüpfen wir wieder zurück ich bin schuld was nein so einfach wird sich werden was sagt er und sprang in einem rift ja gut da möchte ich nicht weiter darüber reden das nächste mal wird besser immer 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 also ja das ist ja schön dass du energie weniger hast aber ich will weniger hyperraum cooldown haben du kannst nicht alles haben will ich aber weil hier haben wir hyperraum cooldown plus eine minute dreißig der andere hat schon zwei stück ja gut das andere ding ist aber auch du darfst keine frikadellen essen du bist vegan ich will aber frikadellen essen frikadellen essen so wir hüpfen mal weiter in die richtung oh ich sehe da schon kommen ich springe da gleich volles granate rein komm ich zu dir das gut hast du auch kopfgeräger popo ist auch was schönes ja ne will ich aber nicht dann muss ich wieder am anfang sektor anfangen ach quatsch so schwer sind die gar nicht ich meine du bist besser ausgerüstet als ich wie ich als ich wie als sie als wie ich als sie wenn ich weiß immer noch nicht ob das so eine gute idee ist in den gelben blip rein zu hüpfen ich riskiere es du sagst es ja du hast alle deine 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 ähm bauwissen perks hast du dir mit piraten geholt ich versuch's auch mal das ist absolut korrekt ja ich hab kein geld dafür ausgegeben jetzt bin ich mal gespannt was passiert nur gutes jaja ich rieche dieses nur gutes schon ich hab das tutorial ja fertig ich kann den gameshop wieder lauter machen surprise hallo langer ladebildschirm wahrscheinlich alles voll mit container oder so ja oder für die piraten oder eine piratenbasis wer weiß du machst mir mut ja immer ja immer piratenbasis ne piratenbasis zum glück noch nicht es ist auf jeden fall viele wracks und gegner und trinium ja 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 nations old ja ja leute läuft wie geil ist das denn lucky drop benutzen oh ja jetzt brauche ich jetzt jetzt brauche ich nur noch den guten stoff und dann geht er los muss ich jetzt dir den bündnis aus den segeln nehmen die gibt es eigentlich immer wenn man geraten börsen also in piraten basis ob salala lalu habe ich jetzt nicht über den haufen geschossen aber die piraten reichen aber der drop muss dann erhöht worden sein bei früh ging das nicht so einfach ja das kann sein aber dafür sind sie auch schwerer ich meine spielen ja auch wahnsinnig das sind die karte kaufen bei wahnsinnig ist der drop ja egal also syndikat von look hat es sagst du ist feindlich bei dir soll ich dir was verraten bei dir nicht bei mir auch woher weißt du kann ich dir verraten ich habe den gerade ein asteroiden verkauft sie haben auch ganz liebe aber danke gesagt 100.000 dafür ich weiß ja ich weiß gar nicht wie viel sie mir gerade gegeben haben 120.000 habe ich gekriegt eine gruppe fremdartiger schiffe ist erschienen bei mir sind piraten erschienen als regat definitiv oh ja ich brauche übrigens gerade medium turbo laser jäger ok da dauert einer auch gerade mal 27 minuten ja ist doch ein schnäppchen geht doch flink ja egal aber dafür kostet sie trotzdem nur 1000 xanion also dafür kann man es mal machen ja geil direkt ins naunit gebiet und direkt leckerchen gekriegt so ist das doch schön gut dann komme ich jetzt erstmal zu dir würde ich sagen ja ich suche auf jeden fall noch ein paar asteroiden die ich einnehmen kann weil ich möchte mich mit der fraktion die gerne ein bisschen gut tun und gucken wir noch mal nach aus meinem schiff noch auf begleitschutz hier ist alles klar was ein glück habe ich was ein glück habe ich hier so eine so eine so eine so eine so eine guten bergbohleise gebaut junge 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 so dann hüpfen wir direkt direkt zum nächsten gelben blip kann nur besser werden vielleicht führen wir noch ein paar zu ihnen ich höpfe mal zum grün ich hoffe ich nöle da jetzt nicht gerade rein hüpfe ich da echt rein ich mache alle waffen apropos waffen wieso habe ich an der unterseite keine was habe ich hier für waffen vierfach auslöschungsrahmen anke das hat er wieder wunderbar funktioniert bin gerade am gucken zack weg toll schön darauf erst mal energy proost proost gut dass ich einen grünen nicht weiter gesprungen bin weil da sind schon das da ist schon das sind egal ja schon feines gebiet das ohne dann sind alle grünen punkte hier vorne also hier rundherum alle grünen punkte das sind egal ja du hattest doch gesagt du wolltest dich gerne mal hinstellen und wolltest mal gerne was das hier oh piraten ok weil du hattest doch gesagt du wolltest unbedingt meine fraktion weg machen das wäre deine chance du siehst die grünen punkte nicht ja zum glück deswegen kann ich so eine aussagen ja auch noch tätigen ich bin noch nicht fertig mit dir ja Erstmal ein Foto geschickt. Jo. Ja, gut. Das sind mir doch ein paar zu viele. Also, damit ihr versteht, wohin die Reise ungefähr geht. Er hat mir gerade ein Bild geschickt. Die Hälfte von diesem Sprung. Radius. Und überall einfach nur alles voller Punkte. Alles voller dieser grüner Punkte. Alles. Viel Spaß beim Auslöschen der Fraktion. Du wirst einen Moment länger brauchen. Ich komme gerade so gegen vier Kreuzer von denen an. Das wird nichts. Oh. Bist du da immer noch? Ich bin hier vorne immer noch unterwegs, ja. Okay, ich komme da jetzt hin. Der muss gleich erstmal gucken, ob ich irgendwo eine Fraktion finde, die mir positiv gesonnen ist. Ansonsten muss ich mich hier überbreit machen. Muss ich mir selber eine Werft und Ausrüstungs-Dock bauen. Das wäre auch cool. Ah, wie haben wir denn? 2500 Tridium haben wir. Jawoll. Schon mal gucken, was wir als nächstes Schiffchen nehmen. Das sind die ganzen Basen. Und der Brauchers. Der Springer ist nicht raus. Ich bleib hier. Cool. So schnell hau ich nicht ab. Oh ja, ich habe gedacht, vielleicht kann ich keine so verkehrte Idee. So, Legion ist noch zu groß. Die Dosenwurst, die braucht auch so viel Xanion, die kann man noch nie leisten. Die Avatar wahrscheinlich sowieso nicht. Den auch nicht. Ah, leider auch nicht. Der Klotz kommt. Heavy Cruiser Condor, den könnte ich mir leisten nachher. Der Klotz kommt angeflogen, sagst du? No, der Klotz ist da. Aber dann mal gucken hier, wo ist er denn? Ah, Lui. Na, das läuft ja bei dir, du. Vielleicht. Ja, aber gut. Vielleicht ist er nicht gerade. Schau doch auf. Sehe ich irgendwie so aus, als bin ich ein Asteroid oder so? Was habe ich ihm getan? Ah, herrlich. Nichts. Du hast Schand über mich gebracht. Waffen schand. Ja, hier kommen 6 Millionen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anbieten. Wenn sie so weitermachen, werden wir die Verhandlung beenden. Ist ja gut, du kriegst ja schon deine 8,5 Millionen. Hier, bitte. Nimm uns ein Zufrieden. mies, da wrack ich ab und was kommt raus, was Orangen ist und das ist was für dich. Du, Autofahren? Nehmt ihr nicht auf? Doch. Ja. Also, ich lese die Tür auf mir in die Runde, ne? Orange. Da muss ich doch gleich mal gucken, was da los ist. Was war's denn? Plasma Heavy Cannon. Da schreit auch schon direkt eine Schraub mich an. Oh, ich sehe nichts bei dem Schild. Ja, geil. Ah, ich bin blind. Läuft doch. Oh ja, besonders ist es schon aus Naunid. Super. Direkt hinten drauf. Weißt du, ich frag ab, ey, und du kriegst die geilen Scheiß, oder was? Nehm ich doch, oder was? Frage doch. Dann frag ich das Ding da oben noch ab. Ja, abfragen ist mehr so deine Welt, ne? Ja. Lohnt sich. Naja, klar. Ja, gut, für dich lohnt sich. Ist geil, das fliegt direkt zu dir. Was ist da los? Wahrscheinlich, weil du sie gekillt hast. Und ich da noch nicht im System war. Das kann's haben, ja. Ne, na, da, da, da kommt's, und? Geil. Ich hab auch mal was bekommen. Und was hast du gekriegt, Beschleunigungs-Upgrade? Äh. Nee, du musst es bekommen haben. Nee. Ich hab's nicht im Inventar. Also, ich hab nix gekriegt gerade. Nein! Den wollte ich gerade einnehmen. Wen denn? Ja, den Asteroiden. Ach so. Welchen Asteroiden? Äh, den hier. Der gerade weg ist. Sorry. Ja, ich war gerade im Inventar. Das hat sich dein... Siehst du, das ist doch doofe. Achtung, Feinde. Geil. Ja, super. Ich muss irgendwas abbauen. Bei mir sind sie nicht feindlich. Oh, Junge, ey. Da sagt man Schilderbau, Schiesikowski. Ei, 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 ei. Oh, das Schlimme ist es jetzt auch nicht. Nee, aber die Karre hier muss ich erst mal drehen. Na, also geht doch. Ja, ich muss mein Heck immer so ein bisschen abdrehen. Da muss er erst mal abdrehen, sag ich ja. Das stört mir irgendwas immer, ne? Das ist so crazy. Ich weiß nicht. Bei mir geht immer irgendwas kaputt, was zwei Trinium kostet. Ich weiß aber nicht, wo. Beziehungsweise was? Ja, bei zwei Trinium, ne? Ach, hinten am Heck. Ja gut, das sind die Holo-Dinger, ne? Die halten halt nichts aus. Total. Sind halt nur Ziele, ne? Naja, klar. Die Holo-Blöcke, die machen dann schon, ne? Aber wenn du lange genug wartest, dann... Uh, da ist noch was. Dann, ähm... Repariert sich das von selber. Weil ich nicht gleich da hinten. Du leuchtest so bunt. Aber nicht, wenn es zerstört ist. Dauernd mit der Zeit irgendwann. Echt? Auch zerstörte? Hm, ich mein ja. Ich glaub nicht. Ich mein nein. Ha, bist du Masturiden hängen geblieben? Oh! Ja, sagt ihr, macht auch einen Abflug. Und eine glatte Drehung. Wir haben eine wunderschöne Pirouette gezogen. Und... Erster. Auslöschungstree Medium Turbolaser außergewöhnlich. Na, siehste. Ja, ich wollte ja gucken, was das irgendwie gewebt hat. Wie ist das? Äh... Was? Schamello. Eigentlich bin ich ausgestiegen. Ich wollte nicht aussteigen. Nein, ach. Schamello. Schamele, mele. Na komm. Aber auf Raub will ich nicht gehen. Willst du nicht auf Raub-Tour gehen? Näää. Also ich möchte schon eine Fraktion auslöschen, aber das wird dann eher das Syndikat sein. Und das dauert noch eine Pause. Tobt dich aus, ey. Hat ja ein bisschen was zu tun, dann. Vielleicht. Hab ich denn noch irgendwo anders hier? Ein paar Geschütze, die ich mit raussetzen kann. Ich könnte mir jetzt zwar jetzt welche herstellen, das will ich aber vermeiden. Und stopp. Ich brauch die Kohle. Ich will mit dem Syndikat hier ein bisschen besser, also befreundet sein und so. Äh, nicht? Hm. Cool. Hm. Sie haben an der Notruf einer unbekannten Quelle erhalten. Einnehmen. Kommt. Sektor markieren, in den Chat posten und rüber da. Gibt's denn noch? Da gibt's einen Notruf. Äh. I hüpf. Glaub ich baue eine Erzmine. Oh nein, es ist ein Hinterhalt. Ach ne, ich verkaufe. Ne, es ist Tatsache Notruf. Echt? Oh. Jupp. Ist ein Vorteil. Aber ich seh doch, wo du hinspringst. Direkt mal rein, Eumelda. Direkt wegmachen, die Leute. Nein! Ich hab ein Astroid mitgenommen. Jupp, da flogen auch schon die Raketen. So, sehr schön. Danke für deine Hilfe. 211.000 Credits erhalten. Und 8.500 Verbesserung. Oh. Oh oh. Oh nein. Hör auf zu schießen. Ich schieß nicht. Ich hab Waffenstillstand mit denen ausgehandelt. Äh, na dann. Mach ich's jetzt platt. Das kannst du machen. Ich guck mal das Ganze in Ruhe an. Hahaha. Wer kloppt die KI? Perfekt. Ja, Freunde. Aber ich würde sagen, 21 Minuten haben wir erfolgreich wieder rumgekriegt. Ich starte hier auf jeden Fall jetzt erstmal kurz die 3. Abbauen. Und ich würde sagen, wir machen es ganz kurz und bündig. Und sehen uns einfach ganz entspannt in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Macht's gut. Und ciao, ciao. Buuus. Untertitelung des ZDF, 2020